Ich stelle hier gerade mal eine provokative These in den Raum. Und zwar behaupte ich, dass es in jeder größeren Gruppe 3% Trolle gibt. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass die restlichen 97% keine Trolle sind. Behaltet das mal im Hinterkopf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Hier heute wieder mit einer neuen Wasserstandsmeldung zu dem, was da draußen so passiert. Und viele von euch wollen natürlich wissen, wie ist der Spendenstand bei unserer Aktion Bricks for the Kids. Das werde ich euch hier am Ende des Videos dann einmal nennen. Wer ganz neugierig ist, es sind wieder Zeitsprungmarken in der Videobeschreibung, könnt da direkt da hinspringen. Es ist, will ich schon mal so weit teasern, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Dann muss ich heute hier wirklich ein bisschen nach Skript vorgehen, weil das Ganze ist so umfangreich. Ich will hier nichts vergessen, weil es auch wirklich wichtig ist. Und von daher fange ich hier gerade mal mit einer Sache an, die hauptsächlich unseren Laden betrifft. Wir haben den noch nicht auf, obwohl wir in Paderborn eigentlich öffnen dürften. Aber wir haben uns entschlossen, den Laden erstmal noch zuzulassen aus einem einfachen Grund oder eigentlich zwei Gründen. Punkt eins ist, ich bin total überwältigt von eurer tollen, tollen, tollen Unterstützung. Und ich weiß, wie viele Leute jetzt mir das gerne persönlich sagen wollen würden. Das könnte dazu führen, dass bei uns vom Laden viele Leute auflaufen, um mir halt persönlich ihre Unterstützung zuzusichern. Was mich sehr, sehr freuen würde, wenn wir nicht gerade die Situation hätten, die wir gerade haben. Und von daher haben wir uns entschieden, halt wirklich den Laden erstmal noch zuzulassen, damit da nicht zu viele Leute auf dem Haufen knubbeln. Außerdem muss ich wirklich sagen, und damit komme ich dann auch gleich zum nächsten Punkt, der hier auf meiner Liste steht, schaffen wir es momentan nicht, den Laden wieder auf Vordermann zu bringen. Durch den Lockdown die ganzen Monate haben wir den nach und nach auch ein bisschen leer geräumt, die Sachen in den Verkauf im Onlineshop gesteckt. Und der Laden sieht momentan wirklich aus wie, ja, ich sag mal, ein in die Jahre geratenes Legohuhn. Also da fehlen ein paar Federn. Das ist ganz schön leer da drin. Und wir haben momentan echt keine Zeit, da wieder aufzuforsten. Weil aufgrund eurer wahnsinnig überwältigenden Bereitschaft, uns hier zu helfen und zu unterstützen, und indem ihr uns Bestellungen habt zukommen lassen, um halt hier auch zu signalisieren, wir möchten auch alternativ Klemmbausteine bauen, sind wir momentan voll ausgelastet. Also auch da bitte um Verzeihung, wenn wir es nicht schaffen, die Lieferzeiten, die wir normalerweise ja haben, also normal liefern wir ja recht schnell. Im Normalfall kann das sein, dass man innerhalb von 36 Stunden oder 48 Stunden die Bestellung zu Hause liegen hat. Die Leute, die bei uns schon öfter bestellt haben, die kennen das so. Das können wir momentan nicht schaffen. Also wir arbeiten gerade hier mit der kompletten Belegschaft eigentlich nur daran, Pakete zu packen. Außer ich. Ich kümmere mich hier um den ganzen anderen Kram. Das ist auch eine Menge Arbeit. Und auch da muss ich um Entschuldigung bitten. Ich schaffe es momentan echt nicht, E-Mails, WhatsApp anschreiben über Instagram und sowas alles zu machen. Ich werde das versuchen, in den nächsten Wochen abzuarbeiten. Und ich werde versuchen, wirklich jedem da zu antworten. Ich schaffe es auch nicht mehr, unter den Videos alle Kommentare zu lesen, weil das einfach zu viel wird. Das kriege ich zeitlich leider nicht hin. Wenn irgendwas Wichtiges ist, schreibt uns halt E-Mails. Am besten sind eigentlich E-Mails. Die kommen bei mir in den Ordner rein und die werde ich dann einfach peu a peu abarbeiten in den nächsten Tagen, wenn ich mal Zeit finde. Und dann hat mich einige Leute gefragt, ob Lego etwas unternommen hätte, weil bei Amazon keine Cuman-Artikel mehr online sind. Und nee, das war nicht Lego. Es ist zwar schon so, dass Lego gegen Amazon-Händler teilweise vorgeht, wenn da Rechte verletzt werden offensichtlich. Meldet das dann Amazon und die nehmen die runter. Haben sie in diesem Fall aber nicht getan. Das haben wir rausgenommen, weil wir einfach gar nicht mehr hinterher kommen. Und bei Amazon hat man ein relativ enges Zeitkorsett, in dem man eine Bestellung abarbeiten muss. Und da wir nicht zugunsten von Amazon-Bestellungen die Bestellungen im Shop vernachlässigen wollen, weil das wäre unfair, dann wären ja unsere Kunden im Shop Kunden zweiter Klasse, haben wir den Verkauf bei Amazon erstmal für ein paar Tage eingestellt. Sobald sich die Lage wieder ein bisschen beruhigt hat, werden wir die Artikel bei Amazon wieder einstellen, sodass da der Verkauf dann weitergeht. Also beruhigt sein, da hat Lego nichts mit zu tun. Also das war eine Entscheidung von uns, einfach um hier bei uns ein bisschen den Druck vom Kessel zu nehmen, weil wir laufen hier gerade heiß. Wir sind nur eine kleine Firma, das hatte ich euch ja schon gesagt. Wir haben im Lager zwei Mitarbeiter plus eine Aushilfe. Meine Frau ist noch da, mein Vater flitzt hier mit über 70 rum und hilft. Und ich versuche hier überall die Feuer auszutreten. Da kriegen wir es einfach momentan zeitlich nicht hin. Dann habe ich hier den Punkt PayPal. Viele haben gefragt, ob auch Spenden über PayPal möglich sind. Ja, sind sie. Viele haben den Weg mittlerweile auch gefunden. Und in der Videobeschreibung stand in dem ursprünglichen Video unter dem GoFundMe-Link dann auch eine PayPal-Adresse, über die man spenden kann. Da ist auch schon eine Menge reingekommen. Dazu gleich hinterher beim Spenden-Ergebnis. Wir haben aber zwei kuriose Sachen auch dabei, weil viele diesen Link wohl nicht gefunden haben. Warum auch immer, der ging irgendwie in der Videobeschreibung unter, haben die auf unser Firmenkonto gespendet. Da puzzeln wir gerade die ganzen Spenden raus und versuchen die dann hinterher auf das andere Konto zu schieben. Also wir schreiben jetzt gerade auf, was da reingekommen ist und das wird dann hinterher rübergepackt, weil wir wollen ja für uns nichts haben. Und ganz witzig, auf mein privates PayPal-Konto. Es haben einige Leute meine private PayPal-Adresse, PayPal-Konto-Adresse rausbekommen und haben auch da drauf überwiesen, Spenden überwiesen, sodass da momentan auch eine Menge Geld drauf ist. Das werde ich natürlich auch vollumfänglich dann hinterher auf das andere Konto packen. Da will ich auch nichts von haben. Wie schon gesagt, das ist für die Kinder. Wir wollen hier ganz viel tolles Spielzeug für die Kinder kaufen und da soll auch jeder Euro dann reinfließen, um das zu finanzieren. Ja, dann habe ich leider vernehmen müssen, dass der Zoll ziemlich unter Beschuss geraten ist bei der ganzen Sache. Also wir haben Zuschauer, die auch gleichzeitig beim Zoll arbeiten, haben mich eingeschrieben und haben gesagt, du, da brennt gerade der Busch. Wir werden hier mit Mails überschüttet, die teilweise wirklich tief unterhalb der Gürtellinie sind, also die wirklich mit Schmackes ins Gemächt gehen. Und ich möchte euch da aufrufen, das bitte nicht zu tun. Lasst den Zoll da bitte in Ruhe. Ich weiß, ihr meint es gut und ich weiß das auch wirklich zu schätzen und danke euch auch dafür, dass ihr euch für mich einsetzt. Aber der Zoll kann in diesem Fall wirklich nichts dafür. Der Zoll macht nur das, was er machen muss. Weil ich habe da einmal mit einem Fachmann drüber gesprochen. Es gibt den YouTube-Channel, der heißt Hello Custom. Und es ist der Patrick, der den macht und der befasst sich auch beruflich mit diesen Themen. Und wir haben da mal drüber gesprochen und er sagte mir dann auch, ja, das stimmt definitiv. Den Link übrigens zu dem YouTube-Channel habe ich unten in die Beschreibung auch gepackt. Da könnt ihr euch mal so zu den verschiedenen Zollthemen ein bisschen Videos von ihm angucken. Es ist wirklich so, dass nach der UZK, der Unionszollkodex Verordnung 952-2013, also aus dem Jahre 2013, ist eine europäische Verordnung, die seit 2016 gültig ist, es keinen deutschen Zollkodex mehr gibt, sondern der europäische gilt. Und in dem ist halt nach der Verordnung 608, die ja auch in diesem Zollanschreiben damals aufgeführt war, halt gar keine andere Möglichkeit gegeben. Der Zoll muss hier nach Recht und Gesetz handeln. Der hat da keinen Ermessensspielraum. Also der kann gar nicht anders. Der muss der ganze Sache Folge leisten. Das ist im Endeffekt wie, geht ja manchmal durch die Medien. Ihr kennt dieses Swatting. Da ruft irgendein Troll, wir sind wieder bei den 3%, bei der Polizei an und sagt, in dem und dem Haus habe ich gerade Schüsse gehört, ich habe am Fenster gesehen, wie einer mit einer Waffe rumgefäntert hat und da waren Hilfeschreie. Da geht es um Leben und Tod. Dann werden die natürlich jemanden losschicken. Und wenn es bewaffnet ist mit Lebensgefahr, dann schicken die nicht einfach eine Streife vorbei. Dann geht das gleich richtig zur Sache. Es ist ja Gefahr im Verzug. Und wenn dir dann einer die Tür eintritt, weil dein böser Nachbar dir so einen Anrufstreich gespielt hat, das nennt man Swatting. Und da kann man den Beamten dann ja auch keinen Vorwurf machen, weil die haben gedacht, da ist übel Gefahr im Verzug, da müssen wir handeln. Und dementsprechend haben die auch gehandelt. Und so ist das auch hier beim Zoll. Der hatte keine andere Wahl. Der Zoll ist eigentlich dafür da hier in Deutschland, um uns zu schützen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und diese ganze Geschichte, die hier gerade gegen uns verwendet wird, ist eigentlich dafür gedacht, um uns wirklich vor schlimmen Sachen zu schützen. Wie zum Beispiel nachgemachte Bremsleitungen, wo VW draufsteht. Wo man dann denkt, man baut sich ein Originalteil ein und dann mitten auf der Autobahn beim siebten Bremsvorgang platzt das Ding und du kachelst mit 180 irgendwo in ein anderes Auto rein. Vor sowas sollen die uns schützen. Vor Drogen sollen die uns schützen. Vor Waffenlieferungen, Menschenhandel, irgendwelche anderen gefälschten Sachen, die wirklich gefährlich werden können, Maschinenteile, die gefälscht sind. Das kommt alles auch teilweise rein und wird vom Zoll dann abgefangen. Dafür sind diese Gesetze gemacht. Auch zum Markenschutz sicherlich. Auch dafür sind die gemacht. Es geht hier ja ganz klar um Rechteinhaber. Und die Rechteinhaber haben diese Rechte eigentlich, um eben solche Sachen auch zu vermeiden. In unserem Fall hat allerdings ein sehr gewiefter Rechtsanwalt einfach einen Weg gefunden, diese an sich wichtigen und richtigen Regeln und Verordnungen einzusetzen und zu gebrauchen, um uns erstmal auf alle Fälle handlungsunfähig zu machen. Und da kann der Zoll aber nichts für. Also der Zoll ist, ich kann es hier gar nicht wiedergeben, was mir dazugespielt worden ist. Das war wirklich ganz, ganz unten drunter her. Und ich bitte euch, das nicht zu tun. Der Zoll kann hier, in diesem Fall, der ist nicht der Böse. Der Zoll ist nicht der Böse. Der Zoll ist im Endeffekt hier auch nur jemand, der eingespannt wurde und gebraucht wurde. Ja, ich will jetzt gar nicht missbraucht werden, würde ich sagen, weil das ist vielleicht auch schon wieder angreifbar. Aber die wurden halt hier in Gebrauch genommen aufgrund von Rechtsvorschriften, die sie erfüllen müssen. Also bitte, in dieser Sache geht bitte nicht weiter den Zoll an. Das ist mir wirklich ein Anliegen. Dann kommen wir hier zum Stand der Dinge. Wie sieht es denn momentan aus? Und da gibt es wirklich Neuigkeiten. Und zwar haben wir vom Dr. Leopold Gerlach von der Anwaltskanzlei Hogen-Lowels, die ja Lego vertreten, am 8. März jetzt hier endlich ein Schreiben bekommen. Das ist übrigens der erste schriftliche Kontakt mit denen, seit die ganze Sache am 11. losgegangen ist. Und in dem äußern die sich, mannigfaltig, gehen aber schon wieder so merkwürdige Wege, zum Beispiel, dass die Abbildungen von Packungen von Cuman verzerren, um halt eine größere Nähe der Figuren zu den Lego-Figuren zu suggerieren. Weil der vielleicht entscheidende Richter, der guckt sich das Schriftstück an und sagt, oh, guck mal hier, Foto, ach das, ja, könnte schon sein, weil die eigentlichen Proportionen, wie sie in Wirklichkeit sind, hier verfälscht dargestellt werden. Entweder haben die einen Praktikanten, der für solche Geschichten zuständig ist, der unbedingt mal einen Volkshochschulkurs für Photoshop machen sollte, oder aber, ja, ich will da jetzt nichts unterstellen. Hier wird uns dann zum Beispiel angeboten, dass die den Container freigeben würden, aber ohne Anerkenntnis sämtlicher Rechtsgeschichten. Da werden wir natürlich nicht von Gebrauch machen, weil wir wollen eine Klärung. Entweder sie geben es frei, weil nichts zu beanstanden ist, okay, also prinzipiell, sie reagieren gar nicht, dann wird da freigegeben, weil nichts zu beanstanden ist, oder aber sie beschreiten hier den Rechtsweg. Und das ist dann in ihrem Ermessen. Aber wir wollen hier eine Klärung haben. Ich will nicht, dass ich dann weiterhin hier irgendwo im Unklaren schwebe und ich weiß, was Sache ist. Ich will das geklärt haben. Von daher können wir das Angebot nicht annehmen. Witzig ist übrigens ein kleiner Funfact. Durchgängig, durch sämtlichen Schriftverkehr, den wir mit denen haben, wird die Marke Cuman falsch geschrieben. Die schreiben immer groß Q, dann ein Minusstrich, M-A-N. Cuman wird immer durchgehend geschrieben. Cuman. Und ich kann euch sagen, woher das kommt. Bei Blubrixx haben sie das damals falsch in den Kategorien reingeschrieben und das haben die übernommen und seitdem schreiben die das so. An dieser Stelle, liebe Anwaltskanzlei, in den nächsten Schriftstücken wäre es schon schön, wenn mindestens der Name richtig geschrieben würde. Ja, ansonsten habe ich mich entschlossen, sämtliche Korrespondenzen, die diesen Fall betreffen, werde ich öffentlich runterladbar zugänglich machen über einen Vitransfer-Link. Den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, dass ihr einfach euch das alles selber mal anschauen könnt und euch ihre eigene Meinung bilden könnt. Und es wurde hier vielfach gesagt, ich halte Informationen zurück und so. Ich werde euch jetzt alles zugänglich machen, was ich auch offiziell zugänglich habe. Und dann könnt ihr selber gucken. Das ist dann hier unter anderem die Abmahnung vom 11. Dezember. Ich werde da halt die Namen der jeweiligen Leute und Kontaktdaten werde ich schwärzen. Aber die Schriftstücke an sich bleiben erhalten. Einzig wirklich erhalten bleibt der Name hier vom Dr. von Gerlach, weil er ist ja nun mal wirklich hier der Hauptverantwortliche. Aber seine Kontakte werde ich natürlich trotzdem schwärzen. Ich möchte ja nicht, dass ihr dann hier ihn dazu sehr mit irgendwelchen E-Mails oder sowas belästigt. Tut ja nicht Not. Immer fair bleiben, hatte ich ja schon gesagt. Zu der Abmahnung, die ich dann hochlade. Da sind ein paar Punkte drinne damals gewesen, wo man sagen kann, okay, ja, das ist wirklich ein Problem. Und da hatten wir damals aber in den Gesprächen mit der Anwaltskanzlei, also zum Beispiel hatten wir ein Produkt dabei. Das waren diese Figuren hier. Da habe ich sofort gesagt, war ein Fehler von uns. Da bin ich gerne bereit, macht mir eine Abmahnung fertig, unterschreibe ich euch. Das werde ich nie wieder verkaufen, nie wieder einführen. Wir haben die damals auch sofort aus dem Verkauf genommen. Auch Linus Kogo haben wir damals sofort aus dem Verkauf genommen, die eventuell rechtegefährdenden Produkte, weil wir da die ganze Zeit eigentlich kooperieren wollten. Und da wurde uns damals ja auch gesagt, okay, also wie schon bei Telefongesprächen, das ist das Problem, ich habe da nichts Schriftliches, dass da durchaus Bereitschaft wäre. Wir haben auch Bereitschaft signalisiert, die älteren Sets von Cherry, die haben ja noch die kleineren Köpfe, die Mädels, und die neuen haben ja auch die Bubbleheads, dass wir sowieso alles auf Bubbleheads umstellen. Wir wären da auch gerne bereit, halt Erklärungen abzugeben, dass wir da nur noch die großen Bubbleheads quasi einführen. Aber auch da ist nichts hinterhergekommen. Das heißt, die strittigen Sachen hier in dieser Geschichte, wo ich sage, okay, da habt ihr durchaus recht, da war ich bereit, da Schriftstellung und auch Unterlassung zu geben. Aber es kam halt nichts zurück von denen. Aber guckt es euch selber an, lest es euch durch, könnt ihr euch unten unter dem Link runterladen. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, war hier ja so eine Sache, auf die ich hingewiesen habe, bezüglich der, ich sage mal, Eigenwerbung des Dr. Leopold von Gerlach auf seiner Internetseite. Und da kam sehr viel Rückmeldung zu. Da waren viele Leute entsetzt, dass ein Rechtsanwalt mit sowas wirbt. Und es haben mich auch Rechtsanwälte angeschrieben, die da gar nicht wirklich begeistert von waren, dass ein Kollege sowas macht. Und das kann ich auch gut verstehen, weil er ja hier wirklich wortwörtlich auf seiner Internetseite sieht, bis gestern stand es sogar noch drauf, ich weiß nicht, ob es heute noch drauf ist, ich habe heute noch nicht geguckt, dass er halt gute Beziehungen zu Zollämtern, ermittelnden Staatsanwaltschaften sowie Internet-Service-Providern und für Dienstleistern hat. Und das ist, pui, das macht man nicht. Und das ist durchaus eine Sache, die als Beschwerdegrund die unzulässige Werbung implizieren kann. Ich bin kein Rechtsanwalt, das wisst ihr alle. Ich bin einfach nur puzzliger Klembausteinbauer aus der ostwestfälischen Provinz. Ich kenne mich da nicht mit aus. Aber ich habe einfach mal spaßes Halber so ein bisschen hier in der Bundesrechtsanwaltsordnung nachgeschaut. Ich verlinke euch das hier auch. Und da gibt es den Paragraf 1 Absatz 1, der da heißt, der Rechtsanwalt ist der berufende, unabhängige Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten. Und der Paragraf 43a des Bundesrechtsanwaltsordnungs, der Bundesrechtsanwaltsordnung sagt, Werbung ist dem Rechtsanwalt nur erlaubt, soweit sie über die berufliche Tätigkeit in Form und Inhalt sachlich unterrichtet und nicht auf die Erteilung eines Auftrags im Einzelfall gerichtet oder gezielt ist. Wenn ich aber schreibe hier, seine guten Beziehungen zu Zollämtern und ermittelnden Staatsanwaltschaften lässt das durchaus ein anderes Licht auf die ganze Sache eventuell scheinen. Also Unbedarfte könnten sagen, okay, also da könnte man ja vielleicht meinen, der hat da einen Golfkumpel oder so. Ich will da nichts unterstellen. Fern, fern, absolut fern. Ich will denen jetzt nicht irgendwie seine Integrität absprechen. Kann ich auch gar nicht kennen, den Mann nicht. Aber es hat ein Geschmäckle. Und wer sich mit sowas auskennt, kann sich da ja mal gerne mit beschäftigen. Die Links dazu hier unten in der Videobeschreibung. Und auch gleich dann, wenn ihr da euch mit auskennt, Untergrund zur Beschwerde sieht, die passenden Links, um da halt bei der Rechtsanwaltskammer oder der Beschwerdestelle der Rechtsanwaltskammer in Hamburg hier einzureichen. Aber bitte bleibt sachlich, bleibt fair und beschwert euch dann wirklich nur, wenn ihr was Konstruktives zum Thema zu sagen habt. Weil ich kenne mich da nicht mit aus, aber ich weiß, dass es da draußen Rechtsanwälte gibt, denen dieses Verhalten hier schwer gegen den Strich geht. Auch die Tatsache, dass hier Privat-Importer, also in kleinen Sendungsverfahren, Leute mit Paragrafen und Gesetzen bedroht werden, die sie gar nicht betreffen. Also da wird wirklich ein Strafmaß aufgebaut und suggeriert, was die gar nicht treffen kann. Auch das ist eine Sache, weiß ich nicht. Muss man halt mal, da müssen Leute wirklich drüber entscheiden, die sich damit auskennen. Und das sind halt dann diese Leute. Andere Sache, die mir ein bisschen Kopfschmerzen macht, aber vielleicht bin ich da auch allein und vielleicht sehe ich das auch falsch. Der Dr. Leopold von Gerlach, der ist Lehrbeauftragter an der Bucerius, der gut bei Rechtsanwälten bekannten Bucerius Law School in Hamburg. Und ich weiß nicht, was für eine Berufsethik da an die angehenden Rechtsanwälte herangetragen wird, wenn jemand, der solche Werbung auf seiner Internetseite hat, da in einem Lehrstuhl tätig ist. Auch da kenne ich mich mit der Sache nicht aus. Vielleicht ist das auch ein ganz toller Lehrer. Vielleicht schätze ich das völlig falsch ein. Dann muss auch jeder sich sein eigenes Bild zu machen. Dann hatte ich ja auch bei Instagram und Twitter und so geschrieben, dass es ein bisschen skurril alles wird. Ich hatte vor einigen Tagen auf einmal bei uns vorm Laden jemand stehen, kein Auto, kein nix. Ein Angestellter von mir, der gerade dran vorbeigefahren ist, hat das gesehen. Da hat jemand in den Laden rein fotografiert mit Teleobjektiv, um da irgendwelche Aufnahmen zu machen. Da kann man denken, vielleicht war es einer von der Presse, weil das Ganze ja so ein bisschen hochkocht. Es sind ja mittlerweile eine Menge Medien drauf aufmerksam geworden. Aber wenn man dann mal so ein bisschen recherchiert über die Firma Hogan Lovells und der Detektei, mit denen die zusammenarbeiten, das ist nämlich die Detektei Lenz. Da gibt es dann durchaus hier im Jahr 2017, 2018 einen Fall, der einen dann ein bisschen paranoid machen kann. Also es ist nicht so, als wenn diese Anwaltskanzlei nicht davor zurückschrecken würde, auch Detektive einzusetzen. Und auch das verlinke ich euch mal unten. Könnt ihr euch selber durchlesen, könnt euch eine Meinung zubilden. Ja, ich weiß nicht, inwiefern sowas zulässig ist, aber sie machen es durchaus. Ich denke, das wird sogar durchaus üblich sein bei solchen Sachen, irgendwie wenn einer zum Anwalt geht und sagt, hier mein Ehepartner bedrückt mich, ich will die Scheidung, bitte finde Beweise. Wobei ich glaube, heutzutage bei einer Scheidung das eh ziemlich egal ist, wer hinterher Schuld an der ganzen Sache ist. Aber auch das ist eine Sache, kenne ich mich nicht mit aus. Dann kleine Side-Note, die mich aus China erreicht hat. Und zwar hat die Anwaltskanzlei, also die Niederlassung in China von Hogan Lovells in China direkt wohl beantragt, dass Kumen ein Exportverbot in die EU bekommt, aufgrund von eventuellen Rechteverletzungen, war ein mündlicher Antrag. Und die Behörden in China, die haben einfach nur abgewunken. Die sehen da gar keinen Grund für. Die haben sich halt die Rechte angeguckt. Die müssen ja nach europäischem Recht nicht richten, sondern nach chinesischem Recht. Und da sehen die keinerlei Rechteverletzungen. Was natürlich hier für den Fall vor Ort erst mal irrelevant ist. Aber man sieht halt, die kämpfen hier nicht nur um den deutschen Markt. Es geht hier wirklich um das größere Ganze. Und dann wurden von einigen Leuten mir quasi, ja vorgeworfen ist das falsche Wort, es wurde halt gesagt, sowas trägt man nicht in die Öffentlichkeit. Das ist eine Rechtsstreitigkeit, die macht man unter sich aus. Das gehört nicht an die Öffentlichkeit. Ich hatte gar keine andere Wahl, als an die Öffentlichkeit zu gehen. Das muss man hier mal ganz klar sagen. Es waren da Leute, die haben gesagt, ja, wenn du dich mit Giganten anlegst, musst du halt damit rechnen, dass du plattgemacht wirst. Nee, sehe ich nicht so. Also wenn man wirklich nach Recht und Gesetz vorgeht und das ordentlich macht und fair dabei bleibt, dann bräuchte man das nicht. Aber hier wird ja mit Mitteln gearbeitet, auf die ich nicht anders kontern kann. Mein einziger Schutz vor so einer großen Firma, vor so einer großen Anwaltskanzlei, ist die Öffentlichkeit. Das seid ihr. Ihr die Community. Ihr seid mein einziger Schutz und ihr seid mein Schild. Ihr seid diejenigen, die die Reiche der Menschen beschützt hier in diesem Falle. Meine Nachtwache. Anders geht es nicht. Anders kann ich es nicht machen. Ich muss es an die Öffentlichkeit bringen. Sonst bin ich platt. Die einzige Alternative zum Gang an die Öffentlichkeit wäre für mich gewesen, mich in einer Ecke zusammenzurollen und still zu sterben als Firma. Alles andere hätte ich nicht machen können. Von daher musste ich. Ich wollte das nicht, aber ich musste es. Ich hätte auch gerne weiter mit meinen paar 30.000 Abonnenten meine Videos gemacht. Hätte eine schöne, ruhige Community gehabt. Hätte keine Unruhe in die Community gebracht. Wäre für mich völlig okay gewesen. Das brauche ich nicht. Diese fünf Minuten rum hier, das ist nicht meins. Will ich gar nicht haben. Aber ich konnte es nicht anders. Und jetzt muss ich es durchziehen. Und danke euch für eure Unterstützung. Und damit komme ich zu einem Punkt, Unterstützung finde ich super, super, super toll von euch. Und die Unterstützung ist bombastisch. Ich kriege so viele tolle Mails, Anrufe, Blog-Einträge, Videos, die dazu gemacht worden sind, Berichte, die darüber gemacht worden sind. Ihr schreibt Mails und Beschwerdebriefe und alles. Das ist wundervoll. Das bringt mir unheimlich viel. Es gibt mir Stärke, weiterzumachen, weiterzukämpfen. Ich bin eigentlich körperlich fertig. Und mental ist das eine Achterbahnfahrt hier, das Ganze. Aber ihr gebt mir die Kraft, weiterzumachen. Human, im Hintergrund die finanziellen Mittel, um weiterzumachen. Und ihr gebt mir die mentale Kraft, weiterzumachen. Und dafür danke ich euch sehr. Weil ich glaube noch nicht, dass das endgültig ausgestanden ist. Und gerade hier von Seiten der Rechtsanwaltskanzlei bin ich mir nicht sicher, ob da nicht vielleicht noch das ein oder andere kommt, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Weil so richtig Freunde gemacht habe ich mir da wahrscheinlich nicht. Also ich denke nicht, dass der Herr von Gerlach, wenn ich den mal in Frankfurt oder in der Innenstadt treffen würde, mich auf ein Bier einladen würde. Das wird nicht passieren. Also ich glaube nicht, dass der sagt, der Herr Klauelt ist einer, den finde ich sympathisch. Gehe ich nicht von aus. Von daher, ich habe mir da keine Freunde gemacht. Und ihr seid da weiterhin wirklich meine Stütze. Aber, und jetzt kommt ein ganz wichtiges Aber. Bitte, bleibt bei all dem, was ihr da draußen macht. Bei all der Wut, die ihr empfindet. Und die kann ich auch nachvollziehen, weil wir alle lieben eigentlich Lego. Und wir sind sauer, weil Lego nicht so ist, wie wir Lego sehen wollen. Wir wollen die tolle Firma, die tolle Produkte macht, die uns unsere Kindheit versüßt haben. Und wir sehen jetzt gerade, so ist Lego aber gar nicht. Und das macht wütend. Enttäuschte Liebe macht wütend. Aber bitte, bitte, lasst diese Wut nicht an den falschen Leuten aus. Auch da sind wir wieder bei der 3 zu 97 Theorie. Wenn ihr Lego auf die Facebook-Seite schreibt, bleibt freundlich. Die Leute, die das da bearbeiten müssen, die können nichts dafür. Das sind Angestellte. Die haben keine Entscheidungsgewalten in der Firma. Die haben das nicht verbockt. Wenn ihr jetzt, wo die Läden wieder aufmachen, Wenn die Läden wieder aufmachen, ich dann da die Leute anspreche, die in den Läden arbeiten, die können nichts dafür. Vielleicht sind die sogar eurer Meinung, können aber nichts dazu sagen, weil die ihrem Arbeitgeber gegenüber loyal sein müssen. Die anzugehen ist wirklich der falsche Baum, der da angeklefft wird. Bitte bleibt da fair. Auch, wie schon gesagt, den Zoll, hatte ich ja schon gesagt. Auch gegenüber anderen innerhalb der Community. Wir wollen doch alle mit Klemmbausteinen bauen. Lasst uns zusammenhalten wie die Steine. Unser Hobby verbindet uns. Uns verbindet viel mehr, als uns trennt. Uns trennen da im Endeffekt nur Hersteller. Das soll nicht unser Problem sein innerhalb der Community. Ob einer gerne nur Lego baut oder ob er auch anderes baut oder ob er nur das andere baut, weil er von Lego enttäuscht ist, sollte kein Grund sein, dass wir uns streiten. Bitte bleibt fair, bleibt nett, beachtet die Nettikette. Gehört nicht zu den 3%, gehört zu den 97%. Und ich weiß, dass die meisten von euch eben die 97% sind. Wir sind die Community und wir sind 97%. Bitte, bitte seid, bleibt fair. Dann habe ich hier natürlich jetzt ein Luxusproblem, was mir entstanden ist durch die ganze Sache. Dadurch, dass das so wahnsinnig erfolgreich ist. Ich habe ja damit gerechnet, dass wir einen Container kriegen. Den hätten wir irgendwie gewuppt gekriegt. Mittlerweile sind wir bei einer Summe, werde ich euch gleich sagen, die ist definitiv mehr als ein Container. Das kriegen wir hier mit unseren Papipelchen nicht gewuppt. Deswegen rufe ich dazu auf, denkt mal darüber nach, wie ihr da helfen kann. Wenn hinter die Container kommen, könnt ihr zum Auspacken und Kommissionieren vielleicht kommen. Da machen wir vielleicht, wenn dann Corona-konform das möglich ist, ein Treffen der Community, wo wir die Sachen auspacken, kommissionieren, fertig machen. Vielleicht sagt einer bei uns in der Nachbarschaft, ist ein Kinderheim, mit denen spreche ich, dass die sich bei uns melden, für die wird was kommissioniert. Und ich komme dann zu euch hingefahren mit meinem Auto am Wochenende, hol das ab und bringe das ins Kinderheim, damit wir Porto sparen können. Das sind alle Sachen, die würden riesig helfen. Das würde Geld sparen, was im Endeffekt wieder den Kindern zugutekommt, weil wir für dieses Geld, was wir da gespart haben, wieder Spielzeug kaufen können. Überlegt euch mal, was ihr machen könnt. Kontaktiert uns unter Kontakt. Jetzt steingemachtes. Wir antworten jetzt nicht direkt drauf. Wir schieben das erstmal in den Ordner und arbeiten das ab und organisieren das durch. Melden uns dann bei euch, wenn wir eure Hilfe brauchen können. Das wäre super, super cool. Und auch was anderes brauche ich. Also wir suchen jetzt natürlich Kinderheime. Wir hatten eigentlich gedacht, hier im Umkreis und rundum, da kriegen wir ruckzuck für einen Container Kinderheime zusammen. Das wäre auch so gewesen. Nur ist das Ding jetzt viel, viel größer geworden und wir brauchen jetzt mehr Kinderheime. Eigentlich können wir mittlerweile fast jedes Kinderheim, würde ich sagen, hier mit kleinen Geschenken beglücken. Und daher bitte ich euch, wenn ihr Leute kennt, die in Kinderheimen oder in Unterbringungshäusern arbeiten, wenn die bei euch in der Nachbarschaft, in eurer Stadt sind, wenn ihr in Kirchengemeinden aktiv seid, die Träger von sowas sind, wenn ihr Leute kennt, die Kontakte dazu haben, macht die bitte auf die Aktion aufmerksam und sagt denen, die sollen sich bei uns melden. Wir legen die auch dann erstmal wieder in einen separaten Ordner ab, werden das durchsortieren. Wir brauchen von denen halt, wie viele Kinder sind bei euch, was für eine Altersstruktur haben die Kinder, welche Geschlechter haben die Kinder, dass wir dementsprechend das Ganze hinterher kommissionieren können. Und da bitte, das ist eine super Sache, wenn ihr uns da helfen könnt. Ja, und jetzt kommen wir zu dem wirklich richtig tollen, das Video wird mir ja ganz schön lang, sorry, zu viel Gesabbel. Und zwar ist das, was wir hier wirklich an Spendensumme zusammenbekommen haben. Und es ist unfassbar. Ich habe ja gesagt, wenn wir 30.000 schaffen, wäre toll. Bei GoFundMe sind bis Punkt jetzt, wo ich das Video mache, 316.000 Euro eingegangen. Dazu kommen noch bei Paypal voraussichtlich 75.000 Euro, wobei ich nicht ganz verstehe, was da abgeht. Da stehen 51.000 Euro verfügbar und 25.000 Euro vorgemerkt. Ich weiß nicht genau, worum das da geht. Ja, und dann haben wir noch das Problem, dass einige Leute ja auf unsere privaten Konten, also beziehungsweise auf Paypal-Konten überwiesen haben. Da sind noch mal ungefähr 5.000 Euro drauf, die wir dann halt auch auf das Under-Konto, sobald es jetzt endlich fertig ist, überweisen werden. Ja, somit haben wir knapp 400.000 Euro erreicht. Unfassbar. Ich danke euch für dieses absolut fantastische Ergebnis. Für 400.000 Euro können wir riesige Mengen an tollem Spielzeug für die Heimkinder besorgen. Wir werden kämpfen, dass wir möglichst viel dafür kriegen. Wir werden mit den Speditionen kämpfen, möglichst günstige Containerpreise zu kriegen. Bei so einer Menge, da kann man bestimmt was bewegen. Wir werden schauen, ob wir da noch weitere Unterstützung bekommen können, um die Kosten klein zu machen, um möglichst viel Spielzeug zu bekommen. Ja, das war es von meiner Seite. Ich bin überwältigt von dieser Aktion. Aber wie schon gesagt, zum Schluss noch mal der Aufruf. Bitte bleibt fair, egal was ihr macht. Ich danke euch für eure Unterstützung, für unsere Unterstützung. Ich danke euch, dass ihr so eine tolle Community seid. Aber bitte, bitte, bitte bleibt fair dabei. Ich hab euch lieb. Vielen Dank. Tschüss.